Vielleicht gleich mal zu Beginn der Spieler von Prokofiev auf die gleichnamige Dostoevsky-Vorlage. Das ist ein ganz grandioses Stück, denn wer das heute hier in der Felsenreichschule anlässlich der Salzburger Festspiel erlebt hat, die Premiere, der könnte auf die Idee kommen, dass das ein sehr verzichtbarer Stück ist. Das ist es nicht. Und das liegt vor allem an der Regie von Peter Sellers, aber dazu später. Musikalisch war das heute ein großer Erfolg. Asmic, vor allem Sean Panica in der Hauptrolle dieses Spieles, hat mir unglaublich gut gefallen. Das ist ja ein genuin lyrische Tenor, der die Stimme ja sehr fokussiert hat und dadurch eine große Stabilität hat. Der kann seiner Stimme alles abverlangen, was er möchte. Und Asmic Gregorian war ja heute auch dabei als Paulina, als weibliche Hauptrolle. Das ist ja so die Salzburger Sommerdiva, die heute komplett unterfordert war, obwohl sie ja immer als Gesamtkunstwerk doch eine ganz sichere Bank ist. Wie gesagt, auch ein Regieproblem und Violeta Omana als Großmutter noch im vollen Vokalsaft fand ich auch eine ganz tolle Charakterstudie. Aber man merkt an diesen drei tollen Solisten und Solisten, dass das eine ganz große Ressourcenverschwendung heute Abend war. Das sind drei gestandene Charakterdarsteller und die waren heute einfach unterfordert. Wer mir auch ganz gut gefallen hat, den hatte ich bis jetzt nicht auf der Liste Timur Zangiev. Das ist ein, oder Zangiev, ein russischer Dirigent am Pult der Wiener Philharmoniker, sehr junger Dirigent. Der hat diese Motorik der Prokofiev-Partitur ganz toll entwickelt. Ein sehr versierter Dirigent. Sie hören uns hier auch schon Gewitter. Das ist vielleicht Prokofiev von oben, der sich wehrt gegen diese Aufführung heute. Wie gesagt, dieser Dirigent, ein sehr kontrollierter Dirigent, ein sehr versierter Dirigent. Der macht keine Mätzchen, der überhitzt die Partitur auch nicht. Man muss sagen, dass die Wiener Philharmoniker natürlich nie bei einer bestimmten Stufe hinausgehen, immer ihre gute Klangerziehung wagen. Aber das ist heute ganz gut zusammengekommen. Und er hat das Ganze gut am Laufen gehalten, gut koordiniert. Das ist ja manchmal nicht besonders einfach. Insofern fand ich das ein sehr bemerkenswertes Debüt. Auch er hat was Unerschrockenes gehabt, dieser Dirigent. Und den würde ich gerne mal wieder begegnen, vielleicht sogar hier bei den Festspielen. Jetzt zu Peter Sellers. Das ist ein Regisseur, der seine Meriten hat. Aber das ist 20 Jahre her, würde ich jetzt mal sagen, dass Markus Hinterhäuser jetzt immer noch der Intendant der Festspiele auf die Idee kommt, diesen Regisseur zu beschäftigen. Das fällt ihm heute auf die Füße. Sellers hat das Ganze in der Felsenreizschule in eine stilisierte Spielbank gekleidet. Da sind so wie UFO-Lampen, die immer auf- und niederfahren. Und dann merkwürdige Lichtregie, da auch irgendwelche Lichtwechsel. Was die Figuren miteinander zu tun haben, überhaupt keine Ahnung. Das ist natürlich nicht einfach, dieses Stück. Das ist ja nicht die Geschichte eines wahnsinnigen Spielers. Das ist sie natürlich auch. Und eine Liebesgeschichte, das wird dann überblendet. Es ist vor allem ein Gesellschaftsdestillat dieser russischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert, das ganz konzentriert ist auf diese zwei Stunden, zehn Minuten und bei Dostoyevsky auch auf eine relativ knappe Romanform. Und das muss man erst mal entwirren. Vor allem muss man es erst mal darstellen können. Das war heute in keiner Weise irgendwie wahrnehmbar. Teilweise war das so etwas wie eine Regie-Theater-Karikatur. Das hat einen vollkommen kalt gelassen. Und ich weiß nicht, warum man diesem Regisseur überhaupt noch so eine große Bühne bietet. Wie gesagt, eine ganz große Ressourcenverschwendung. Diese Cast, dieser musikalische Cast mit diesem Dirigenten, mit diesem Orchester in einer anderen Regie. Und das wäre ein akzeptabler bis großer Abend geworden. Bis zum nächsten Mal.